Bart schlagen bringt gar nichts. Aber versuch's doch mal mit ein bisschen Verständnis. Wie meinst du das? Bei deinem Geseierlachen ja die Hühner-Bartsch. Diese Schläger-Type hat die Weisheit doch sicher nicht mit Löffeln gefressen. Auf jeden Fall nicht mit Messer und Gabel. Und ich wette, in der Schule ist er auch nicht gut. Nee, er ist ziemlich blöd. Er hat genauso viele Nachhilfestunden wie ich.